Das war's für heute. Da sind Spuren, da sind Spuren, da vorne läuft jemand. Mal gucken. Okay, nicht bei dem, Jen. In den Keller? Was machst du denn im Keller? Hallo! Hast du mich nicht gesehen? Geil. Ja, das kann ich dir wegnehmen. Das mach ich auf. Hui. Durchs Fenster gesprungen. Ich mach hier direkt auf. Ich bin noch unsichtbar. Erste Jenis tue ich. Da ist der Palette. Hab dich! Die sind mir direkt reingerutscht. Perfekt. So. Nehmen wir weg. Dich nehmen wir mit. Der Keller ist natürlich auf der anderen Seite. Ah, da vorne ist ein Haken. Da hänge ich dich jetzt direkt ran. Bitteschön. So. Oben ist jemand gesessen. Da komm ich natürlich nicht hoch. Ja. Ja. War ja zu schön. Da hat er den Lastodum gesegnet. Wunderbar. Da sind sie schön am arbeiten. Hallo. Hallo Feng! Hm. Der hätte auch gesessen. Kröschen. Willst du hin? Pass auf, du hinläufst. Bis dass du noch hängen bleibst hier. Hab dich. Ich weiß nicht genau, warum die immer in den Schrank hüpfen wollen. Ich trete jetzt gegen auf jeden Fall. Der hätte es drauf und die geht jetzt abfarben. Ne, doch nicht. Die geht nicht abfarben. Die geht allen Ernstes hier in den Dscherl. Ja. Ja. Hallo neben. Schade. Ding, ding. Geist, die ist behind you. Da wurde gerettet. Kommst du jetzt aber nicht weg? Ist dir klar, oder? Ach Gott, ich will hier nicht da Zeit verscheißen. Oh. Hab dich. Tja. Ah, kannst du mir ruhig die Palette draufklicken. Lass mich schon fertig. Ich hab keinen Plan, wen ich jetzt eigentlich da an der Ange habe. Die sind nämlich alle verletzt. Ah, okay, die hing schon. Sorry. Warte mal. Ich kann hier... Ach, kommt schon, Leute. Ich kann hier das Torex singen hören. Ja. Ja. Das ist meine Dummheit. Das ist meine Dummheit. Das ist meine Dummheit. Das ist meine Dummheit. Ja, den hast du. Und wieder hoch. Warst du Balance dabei? Nein. Die ist weg. Weißt du, was hier ist? Der Keller. Aber ich will mal nicht so sein. Ich häng dich nicht in den Keller. Oder häng ich dich in den Keller? Ich häng dich nicht in den Keller. Ich häng dich hier hin. Das dauert mir ganz zu lange. Ich mach hier jetzt auch auf. Klapper mal oben die Gents ab. Nee. Nee. Hier ist irgendwo das Kack-Totan. Ja, hier. Weg damit. Hä? Ja, das, ähm, ich häng dich nicht gesehen, wenn du nicht gelaufen wärst. Sagen wir es mal so. Ich bin heute ein planloser Geist. Hallo. 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 Tschüss. Ach Gott. Was ist denn, Leute? Warum fall ihr nicht um? Ja, hier hast du zwei Paletten. Das ist Wahnsinn. Du hast jetzt beide gewastet, aber auch richtig. Fast. Und jetzt bist du aber down. Ein Plan, warum die vorhin nicht down gingen. Das passiert mir so oft. Ich weiß nicht, warum. So. Okay. Ist gerade jemand? Ja. Der hält es drauf, meine Liebe. Die andere will ich eh nicht. Das ist immer an dem Paletten gebacken. Warte, okay. Hab dich. So. Ich verstehe es halt nicht. Aber gut. Jeder soll spielen, wie er möchte. So, die sind da oben. Wow. Den hast du noch. Ja, ich bin sehr tief. Vorne läuft sie. Ich weiß, dass du keine Palette hast. Die andere wurde gerettet. Und der gehen langsam die Paletten aus. Oh. Oh. Harte benehm. Langsam müsste ich es besser wissen. Hab dich. Guck. Ja, ja. Gott sei Dank fällst du direkt in den Haken um, ne? Wieso, bitteschön. Ich kann planen, wo die sind. Ich kann planen, wo die sind. Kein Plan, wo der Jen angegangen ist. Mal gucken, ob sich die Fang traut, einen Hit zu nehmen. Ja. Traut sie sich? Bitteschön. Nein. Hit. So, bitteschön. Nimm deinen Haken. Oh oh. Die sitzt da oben an meinem Totem. Ach, daneben. Du weißt, wo nötig ist. Das gefällt mir nicht. Du kommst auch mit. Knapper, glaub ich, ging's gar nicht. So, bitteschön dein Haken. Zum anderen Ausgang. Okay. Mal gucken, ob ich noch schnell genug bin. Das Ganze hier zu unterbinden. Was auch immer die machen. Was auch immer die machen. Die machen doch nicht den Ausgang auf. Das ist komisch. Die machen den Ausgang auf. Da heilt sich jemand. Und? Hat die Hoffnung, ich seh's nicht. Doch, ich seh's. Na komm her. Bitteschön. Vielleicht seh ich jetzt auch die letzte. Ja, die ist drüben. Schaff ich das noch? Ne, schaff ich nicht mehr. Die ist raus. Tschüss. Tschüss. So kann's gehen. Ne? Man muss ja nicht immer alle erwischern. Und ich hab schon ewig nicht mehr mit den Geisty gespielt. Aber, wow. Wir haben echt gut Punkte gemacht. Und das ist was zählt. Für Pamela auch. Und, ja. Rote Ränge. Das erklärt einiges. Die hat auch sehr gut gespielt. Tanzt mit mir. Deswegen hab ich die meistens nicht gefunden. Innere Kraft war auch klar. Verwandtschaft? Okay. Keine Ahnung. Aber die hatte auf jeden Fall ein Insta-Heal bei. Ja. War eine schöne Runde mit unserem guten Geisty. Wir haben gute Punkte gemacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst mir gerne einen Kommentar hier. Oder lasst mir ein Abo da. Da freu ich mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.